Also ich hab eigentlich schon so gut wie alle epischen, das ist das Problem an der ganzen Sache. Im heutigen Video werden wir einfach mal die restlichen Stumble Tokens benutzen. Wir haben ja noch 320 übrig und wir werden auch ein paar Stufen im Stumble Pass öffnen, beziehungsweise hier erweitern, wie man es nennen möchte. Lasst mir mal einen fetten Like, da lasst ein Abo da, Leute, für mehr Stumble Guys würde mich wirklich sehr freuen. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Stumble Pass und gucken, ob wir hier vielleicht was Gutes herausbekommen. Vielleicht schaffen wir heute den nächsten Spezial-Skin. Mich würde es sehr freuen und, und, und. Okay, nur episch, Leute, episch, den haben wir, glaube ich, sogar schon, genau. Konvertieren wir natürlich hier gewöhnlich oder besser. Das ist eigentlich eher uninteressant für uns, weil wir eh schon die meisten Skins haben, aber wir gucken natürlich trotzdem mal weiter und wir sehen, ah, episch, okay, haben wir wahrscheinlich auch wieder, aber gut, können wir konvertieren, ist auch nicht so schlecht. Ein paar Juwelen können wir uns auch noch abholen hier. Stumble Token nehmen wir natürlich auch mit und ich werde jetzt mal die selten oder besseren Skins hier weglassen. Ich möchte hier eigentlich nur noch ein paar Stumble Token abholen und das war es auch schon. Episch sehe ich jetzt hier auch eigentlich nichts in der Nähe, aber wir machen einfach trotzdem mal ein bisschen weiter. Aber selten oder besser, ich meine, hier kann gar kein Spezial-Skin auftauchen, oder? Also ich meine, bei selten oder besser kann höchstens legendär auftauchen. Deswegen habe ich die eigentlich ignoriert, äh, jetzt gerade, ähm, weil die im Video natürlich uninteressant sind, wenn wir, äh, ja, einen Spezial-Skin haben wollen. Aber, so, wir können nochmal gucken, ob das noch herauskommt. Aber ich glaube, Spezial-Skins kann man hier nicht haben. Ähm, und hier ist auch keiner dabei. Also ich glaube, wie gesagt, Spezial-Skins kann man hier nicht bekommen. Oh nein, 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 nein. Ach man, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Gut, wir können ja noch einmal hier das Kostenlose hier öffnen. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Glück und bekommen was Gutes heraus. Aber beim Kostenlosen, na, das wäre natürlich cool, wenn wir noch ein paar Stumble-Token. Ja, ja, drei Stück ist jetzt nicht viel, aber nimmt man mit. Und, ich würde sagen, Leute, wir haben jetzt 435 Sumble-Token. Die öffnen wir jetzt gleich. Allerdings, äh, würde ich sagen, wir machen jetzt eine auf und gleich, wobei, wir machen drei auf. Komm, wir machen drei auf und den Rest öffnen wir gleich. Wir machen danach eine Runde. Wir werden ein bisschen zocken und sofort ein legendärer. Aber ein Duplikat, egal, egal. Legendär ist legendär. Und, ja, wie gesagt, werden jetzt, ah, es war so knapp. Fast der Spezial, fast der Spezial. Mal, auf jeden Fall öffnen wir jetzt drei oder machen drei Openings. Und noch, na, aber immerhin kein Duplikat. Egal. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben jetzt drei geöffnet. Und jetzt zocken wir nochmal eine Runde. Und werden dann nach dieser Runde, äh, auch nochmal ein paar, äh, ja, Sachen öffnen. Um es mal so auszudrücken. Und da starten wir auch mit der allerersten Runde Spin-Go-Round. Das ist das heutige Spiel. Wie gesagt, wir lassen die Runde jetzt auf jeden Fall drin. Egal, was passiert. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Ob wir uns gut schlagen werden oder halt nicht. Das wird sich natürlich dann gleich zeigen. Aber, ja, es sieht auf jeden Fall gerade noch ganz gut aus, würde ich behaupten. Und komm, weg mit dir, Kollege. Weg mit dir. Einmal weggeklatscht, um es jetzt mal so auszudrücken. So, zack, zack. Easy. Easy. Kommen wir auf jeden Fall ganz gut durch, würde ich behaupten. Upsala. Upsala. Aber, Leute, wir sind durch. Noch einmal hier so einen schönen Salto machen. Yeah. Oh yeah, Leute. Okay, doppelten Salto sogar. Jetzt aber auch ins Ziel rein. Weil wir wollen natürlich, äh, ja, auch weiterkommen. Das war ganz schön knapp. Fällt mir gerade auf. Aber, halb so wild, wir sind weitergekommen. Und hier sehen wir, hat hier noch jemand einen Spezial-Skin? Ich glaube nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute, wie viele Wins ihr in StumbleGuys habt. Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe ja, glaube ich, sieben insgesamt. Nicht so viel, aber ist auf jeden Fall, denke ich mal, ganz okay. So, sieben Wins haben wir vielleicht ja heute auch in diesem Video noch der achte. Das wird sich dann auch zeigen. So, Cannon Climp ist jetzt das nächste Spiel hier. So, zack. Und aufpassen. Bloß aufpassen, Freunde. So, jetzt. Hier sind natürlich die Bälle super gefährlich. Da wurde einer genau in der Sekunde von mir, äh, nicht von mir, sondern von der Kugel getroffen. Oh, 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 oh. Das war eine gefährliche Angelegenheit. Wir sind aber hochgekommen. Sehr schön. Und da müssen wir uns jetzt auch irgendwie noch durchschlavenern. Ah, da muss ich aufpassen. Aber hier auch nochmal. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber alles gut, Leute. Wir sollten uns auch hier qualifizieren. Das sollte easy möglich sein. perfekt. 6 von 8 qualifiziert. War aber ein knappes Rennen hier, wenn man links mal schaut, ne? Aber gut. Wir sind auf jeden Fall am Start. Das ist das Wichtigste. Und jetzt geht es auch ins Eingemacht. Jetzt kommt das Finale. Ah, okay. Im Finale bin ich immer so aufgeregt, aber das sollte man eigentlich nicht sein. Und welches Spiel ist es? Das ist es. Jungle Roll. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Eigentlich würde ich sagen, habe ich es immer ganz gut drauf, aber vielleicht ist ja jetzt kein Glück auf unserer Seite oder sowas. Das ist natürlich immer so ein bisschen auch die Sache. So, aber komm, jetzt müssen wir hier durch. Leute, wir müssen hier durch. Nein, 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 nein. Das war es komplett. Das war es komplett, Leute. Warum? Warum? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin gerade echt sprachlos. Was ist passiert, Leute? Was zur Hölle ist passiert? Das wird nichts mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch was wird. Außer die failen jetzt wirklich alle, was mich einfach nur stark wundern würde. So. Ja, komm, das war es komplett. Das war es komplett. Es wäre easy drin gewesen. Lol, man kann links laufen? Man kann links laufen? Das geht? Was? Hä, da ist immer noch keiner im Ziel? Lol. Okay, der hat locker gewartet, ne? Ja, ist ja auch egal. Mann, zweiter. Zweiter. Es wäre easy drin gewesen. Hätte ich nicht diesen einen Fehler gemacht. Naja. Gut. Zweiter geworden. Nichtsdestotrotz, habe ich euch versprochen, wir öffnen jetzt noch mal ein paar Stumble-Token. Oder, ja, benutzen jetzt die Stumble-Token. Und das heißt, vielleicht ziehen wir ja jetzt noch mal einen schönen Spezial-Skin. Wer weiß, wir werden es sehen. Leute, let's go. Wir können für 300, also 10 Mal ist es auf jeden Fall drin. Sehr schön. Bin ich gespannt. Komm, Spezial, bitte, 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 bitte. Na, okay, episch. Theoretisch ist noch mal mehr drin, weil wir viele Duplikate sammeln werden. Und jetzt vielleicht, nein, auch wieder ein Duplikat. Schade, schade. Aber das heißt ja, wir können noch mal öfters auf jeden Fall was öffnen. Und das wird auf jeden Fall wieder ein Duplikat. Schade, schade. Vielleicht jetzt ja der Spezial-Skin. Bitte, gönn. Bitte, bitte. Okay, wieder ein Duplikat. Beste Leben. Also ich habe eigentlich schon so gut wie alle Epischen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Oh, oh, nein. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht wahr sein. Ich habe echt gehofft. Ich dachte wirklich, das wird es heute. Ich dachte wirklich, das wird der nächste Spezial-Skin. Ach, komm, hör doch auf. Das ist doch nicht mehr fair. Das ist doch nur noch, das ist doch nur Provokation, oder? Die wollen uns doch hier einfach pranken. Seid doch ehrlich, Leute. Leute, seid doch ehrlich. Es ist doch echt zum Kotzen. Naja, gut. Aber ein Legendärer, den wir allerdings schon haben. Mann, immerhin legendär fürs Feeling, Freunde. Und jetzt, na, wieder ein epischer, den wir bereits haben. Nur Duplikate am Start. Jede Menge Stumble-Token allerdings gesammelt. Deswegen öffnen wir hier nochmal ein paar Kisten. Und vielleicht haben wir ja jetzt ein bisschen mehr Glück. Natürlich nicht. Sofort ein Duplikat. Hier ein episches Duplikat zum Anfang. Und jetzt vielleicht... Ah, den haben wir eh schon gehabt. Den legendären hätten wir eh schon gehabt. Also hätte es uns so oder so nix gebracht. Und den haben wir auch schon. Hey, Leute. Das ist langsam wirklich frustrierend. Kann der nicht mal beim Spezial... Oh, Mann. Den hatten wir aber eh. Den hätten wir eh gehabt. Den hätten wir eh gehabt. Also eigentlich egal. Eigentlich egal. Jetzt. Ey, komm. Will der uns veräppeln? Will der uns veräppeln? Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Okay. Leute. Es reicht auf jeden Fall nochmal für zweimal. Für zweimal reicht es aktuell noch. Und wenn wir ein Duplikat bekommen nochmal vielleicht. Ja, das ist ein Duplikat. Genau. Legendär. Ah, dä... Ja. Was will man da noch sagen? Was will man da noch sagen, Leute? Und nochmal ein Duplikat. Zwei Duplikate können aber dementsprechend nochmal hier drehen. Und vielleicht jetzt nochmal gleich. Ey, guck mal. Bitte, 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 bitte. Ey, das ist einfach noch frech. Aber ich gl... Das ist noch frecher. Das ist wirklich noch frecher. Komm, einmal noch. Ich bete jetzt, Leute. Bitte, 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 bitte. Wir beten. Wir beten gemeinsam. im Spezial, 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 gönn Spezial, gönn Spezial, gönn Spezial, gönn Spezial, gönn Spezial. Ich hab gesagt, gönn Spezial, ich, episch. Ey, ich könnte echt kotzen, ich könnte echt kotzen. Ja, und das reicht jetzt leider nicht mehr. Gut, Leute, kein Spezial, aber wie dem auch sei, wenn ihr mit auf der Reise dabei sein wollt, wo ich vielleicht Spezial Skins ziehe, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.